Es geht weiter nach oben. Die Marktteilnehmer haben immer noch Lust aufkaufen und es dürfte sich heute auch nicht wirklich geändert haben. Die PPI-Daten der Prozizientenpreisindex, der ist weniger stark gestiegen, als das erwartet wurde und auch zuvor. Naja, da muss man aufpassen. Das fängt ein bisschen davon ab, welche Zahl, aber zumindest mal besser als erwartet, günstiger als erwartet, also noch weniger Inflationsdruck, dass irgendwann mal die Konsumenten das Ganze ausbaden müssen, was die Produzenten teurer kaufen müssen. Also Entspannung von dieser Situation und die Marktteilnehmer nehmen das Ganze gut auf. Wir wollen gar nicht so sehr fundamental hier argumentieren, sondern wir gucken, was machen die Marktteilnehmer. Und wenn wir mal mit dem DAX anfangen, klar, das sind amerikanische Daten, das ist nicht direkt das, was den DAX bewegt, aber dann sehen wir im 4-Stunden-Chart, es geht weiter nach oben. Theoretisch können wir heute ganz schnell vorgehen. Warum? Anstieg, wunderbar. Das ist genauso, wie wir das gestern beschrieben haben. Was uns jetzt fehlt, was mir fehlt zumindest mal, ist, dass wir jetzt eine Gegenbewegung haben, ein Dreh. Er hatte die Chance, hier irgendwo zu drehen. Das hatten die Marktteilnehmer nicht genutzt. Das haben wir gestern schon so halbwegs erwartet. Als wir das Video gemacht haben, waren wir da schon so halbwegs drüber. Insofern können wir diese Marken wegnehmen. Das war ein Angebot für einen Dreh. Die Marktteilnehmer haben es nicht genutzt. Und was ist ein besseres Zeichen? Dass die Marktteilnehmer Lust auf Kaufen haben, wenn sie Short-Angebote oder Gewinnmitnahme-Angebote nicht nutzen. Also man hat Ihnen gezeigt, wollen Sie den Umschlag hier haben? Ich gebe Ihnen 500 Euro, wenn Sie diesen Umschlag nehmen. So gab es, glaube ich, mal eine Show in der Vergangenheit. Ich gebe Ihnen Geld, wenn Sie hier Gewinne mitnehmen. Nein, wollen Sie nicht. Wir bleiben weiter drin. Wir kaufen sogar noch. Das ist also das gute Zeichen an der Börse. Jetzt also sofort einsteigen. Mein Geschmack ist es nicht, sofort einzusteigen. Ich zeige euch noch mal das Bild von gestern. Wir hatten das mal symbolisch so eingezeichnet. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Hochpunkt hier oben liegt. Also wo dieser Höhepunkt da oben liegt. Das ist nur eine Annahme gewesen. Aber im Moment laufen wir irgendwo in diese Richtung zu. Also bitte, bitte geht nicht davon aus, dass ich irgendeine Ahnung habe, wo dieser Punkt liegt. Wovon ich eine Ahnung habe, ist, dass wir früher oder später mal ein Ende dieser Bewegung sehen. Das könnte theoretisch sofort passieren. Es gibt im Moment keine Anzeichen dafür. Es kann sein, dass er noch ein bisschen weiter klettert und dann erst dreht. Es kann auch noch ein bisschen weiter gehen und dann erst. Aber früher oder später wird es die Pause geben. Und für euch als Orientierung, die ihr jetzt sagt, naja, das ist mir so unkonkret, zeichnet vom tiefsten Punkt zum dann höchsten Punkt. Beispielsweise hier, also unter der Annahme, dass das der höchste Punkt ist. Wie gesagt, das ist wirklich rein willkürlich. Es kann auch sein, dass er sogar erst noch mal hier drüber geht und danach erst runter. Auch das wäre denkbar. Aber sobald dieser Rücksetzer hier eben ist, der dann dreiwellig in diesen klassischen Rücksetzerbereich reingeht, dann haben wir eine Bestätigung, dass aufwärts wirklich die bessere Richtung ist, dass abwärts wirklich korrektiv ist und wir dann entweder irgendwo hier, da können wir vielleicht mit Symmetrie auch noch irgendeinen Cluster finden oder eben ein anderes Umkehrsignal finden vielleicht oder spätestens an der Stelle dann wieder einsteigen. Wer jetzt sagt, dann steige ich hier ein, dem sei noch mal der Hinweis gegeben, steigt nicht da jetzt unbedingt ein. Eure Stop-Weite müsste dann sehr, sehr weit weg sein. Das heißt, euer Chance-Risiko-Verhältnis ist nicht so attraktiv, als wenn ihr sagt, ich warte diesen Rücksetzer ab. Dann habt ihr in der Zeit vielleicht das Geld noch für was anderes. Könnt ihr einen anderen Trade vielleicht noch machen, möglicherweise. Punkt 1. Und Punkt 2 ist, wenn ihr hier dann einsteigt auf der Höhe, es ist ja jetzt nur angenommen, dass es auf der gleichen Höhe ist. Es kann ja auch sein, dass diese Korrektur völlig nachvollziehbar, dass die von mir aus irgendwie so aussieht, auch hier in diese blaue Kiste reinläuft, also die kann auch weiter sein, hier reinläuft und dass dann euer Einstieg sogar hier liegt. Dann seid ihr sogar günstiger rein. Aber selbst wenn es auf gleicher Höhe ist, selbst wenn es teurer wäre, der Einstieg, weil er noch weiter klettert und ihr dann da irgendwo erst reinkommt, ist es sinnvoller, als hier einzusteigen, weil ihr ein besseres Chance-Risikomanagement daraus machen könnt, indem ihr eben guckt, okay, wir haben eine Bestätigung, abwärts korrektiv, Stop können wir ein bisschen enger nehmen und so weiter und so fort. Also insofern, ich persönlich, ihr könnt das natürlich ganz anders sehen, ich persönlich bin kein Riesenfreund, jetzt pauschal hier einfach long zu gehen. Manch einer hat vielleicht noch die Vermutung, guck mal, da haben wir doch auch noch einen Zwischenhoch. Ja, dieses Hoch gibt einen gewissen Widerstand, aber es ist nicht jetzt gesagt, dass es zwingend jetzt hier an der Stelle geht, dass der Kurs hier dreht. Manch einer erinnert sich, dass ich doch häufig zeichne, ich doch genau das und da ist mein Einstieg. Aber ist das nicht genau das? Anstieg, A, B, C runter und hier ist mein Einstieg? Ja. Also, auf der aktuellen Höhe einzusteigen, finde ich eigentlich nicht so toll. Hier oben, wo der Bruch ist, schon, weil spätestens dann sind wir höher als das. Trotzdem würde ich das nicht machen, denn ich erwarte, dass wir irgendwann einen Rücksetzer bekommen und den Rücksetzer warte ich gerne ab und steige dann ein. Habe dann vielleicht ein besseres Stopp-Niveau, ein höheres Stopp-Niveau, mehr Menge, die ich handeln kann und so weiter. Da kommen wir jetzt in Risk- und Money-Management-Bereiche rein, vielleicht nicht unbedingt das Thema. Aber es kann natürlich sein, und das ist die Downside meiner Idee, dass der Kurs ganz lange noch keinen Rücksetzer macht und dann sagt man, aber den Gewinn hätte ich doch auch schon gerne mitgenommen. Ja, das ist durchaus so, aber dann ist die Frage, wo und wie setzt man den Stopp da rein? Wie weit, um das zu überleben? Oder wie eng, um da nicht sofort eben rauszufliegen? Das müsst ihr dann selber gucken, ob ihr solche Szenarien haben wollt. Wenn ihr unbedingt long gehen wollt jetzt, dann empfehle ich euch, dann macht aber doch wenigstens auf 5-Minuten-Basis oder irgendwie einen kurzen Chart und guckt, haben wir hier irgendwie was Korrektives? Ihr könnt immer als Daumen-Regel nehmen. Haben wir etwas, was dreiwellig ist? Also je dreiwelliger es aussieht, desto eher ist es korrektiv und ist die falsche Richtung und böte dann eben Fortsetzungsmöglichkeiten. Hier ist nicht so deutlich, weil die beiden einzigen auffälligen Gegenbewegungen nicht überschneidend sind. Da konnte man es nicht sehen. Also wer jetzt wirklich Hardcore-mäßig sagt, Rüdiger, ich muss da rein, ich will da nicht so lange warten müssen, dann wartet wenigstens, bis er dieses Hoch hier wieder durchschreitet. Also das ist jetzt ein 5-Minuten-Chart. Wahrscheinlich, bis ihr das Video seht, sieht die Situation schon wieder ganz anders aus. Aber nur, dass ihr so eine Idee, so einen Ansatz kriegt, wenn ihr irgendwie sowas habt, dann habt ihr immer noch besser sowas und zieht halt einigermaßen eng dann hinterher. Ja, der Stopp ist eng, da werdet ihr auch häufig rausfliegen. Aber ihr wollt ja, entweder läuft es oder es läuft nicht, dann seid ihr aber auch schnell wieder raus. Ansonsten müsst ihr den Stopp fairerweise irgendwo hier unten machen. Und das ist natürlich für die Positionsgröße so nachteilig, dass ihr dann auch entsprechend wenig gewinnt. Gut, also wir braten auf den Rücksetzer. Für uns jetzt zumindest mal. Das 5-Minuten-Ding machen wir jetzt nicht. Aber wer jetzt ganz kurzfristig das eben machen will, kann das erwägen, das zu tun. Und ansonsten lasst uns mal auf den Dow Jones gucken, wie es da denn aussieht. Und da hat es sich auch nicht wirklich ganz anders ergeben. Wir sind auch beim Dow Jones einigermaßen zügig hier auf dem Weg nach oben gewesen. Ich gucke gerade mal, ob das hier vielleicht sogar noch schöner zu erkennen ist. Hier ist das Tief. Das ist hier 33.800 in etwa gewesen. 33.800. Das müssen wir gar nicht genauer gucken. Also das ist dieses Tief. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ist das jetzt hier eine 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt die große Korrektur? Oder ist das, was wir hier haben, eine 1, 2, 3, 4, 5 und danach die große Korrektur? Das lässt sich relativ leicht klären. Große oder vollständige Korrektur, tiefster Punkt messen, höchster Punkt messen. Und dann haben wir unseren typischen Rücksetzerbereich. Und eine vollwertige Korrektur zeichnet sich häufig dadurch aus, dass sie in diesen Bereich reingeht. Den habt ihr vielleicht schon mal gehört. Sprich, wenn in den nächsten Stunden vielleicht der Kurs hier runter geht, dann hätten wir durchaus eine vollwertige Korrektur dieses Anstiegs. Man könnte hier überlegen, kriegen wir hier auf kleinerer Ebene, im 5-Minuten-Chart, 15-Minuten-Chart etwas, kriegen wir hier vielleicht eine Umkehrkerze, die dafür spricht, dass der Kurs dreht, wo man sagen kann, okay, wenn er das triggert, das könnte ein Bornbar sein, das kann aber auch irgendwie was anderes ein Hammer sein, beispielsweise ein Morningstar, Engulfing-Pattern, irgendwie sowas in der Richtung. Wäre durchaus denkbar, was man da mitnehmen kann als Idee, um hier reinzukommen, aller spätestens dann nachher wieder an der Stelle, sprich A, B, C und dann das Zwischenhoch. Also das, was beim DAX im Moment noch fehlt, könnte beim Dow Jones aktuell schon am Laufen sein. Wie gesagt, ich bräuchte jetzt das Eintauchen in diesen Bereich. Wer das jetzt nicht ablesen kann, der ist ungefähr, das nehme ich nicht millimetergenau, der ist ungefähr 34.450. Der ist 34.150, also ganz grob. Also es kommt mir gar nicht jetzt hier auf den Schnaps drauf an. Es geht nur darum, ob das Ganze so halbwegs in dieser Kiste eben drin ist. Also was er bisher getan hat, ist offensichtlich zu kurz. Das geht noch nicht. Aber wenn er da irgendwo in diesen Bereich reinkäme, dann wäre das für mich ein ganz gutes Zeichnen. Vielleicht könnte man sogar vorher noch ein Short machen. Dann müssten wir gucken, dann bräuchten wir vorne einen Impuls. Ein Impuls ist fünfwellig. Eins runter, dann eine Gegenbewegung, nochmal stark runter, eine Gegenbewegung und das. Das ist, wie viel wellig? Oh, das ist doch genau so ein Kollege. Das sieht aus wie ein Impuls, Abwärtsimpuls. Wir haben zwei Korrekturen. Die sind weit voneinander getrennt. Hier oben eine, hier unten eine. Keine Kursüberschneidung, alles safe. Dann bräuchten wir etwas Wackeliges in die Gegenrichtung. Jetzt gucken wir mal. Gegenrichtung, jawohl, das ist Aufwärts-Gegenrichtung. Ist die Gegenbewegung groß genug? Höchster Punkt, tiefster Punkt. Wir müssten hier reinlaufen. Jawohl, das haben wir. Das heißt, wir haben in Kürze sogar letztes Zwischenhoch, vorletztes Zwischenhoch, einen möglichen Short-Trigger hier an der Stelle mit Erwartungshaltung als eine Abwärtsbewegung. Ich würde euch das theoretisch auch nochmal als Trade des Tages vorstellen. Jetzt hier allerdings machen wir uns nichts vor, das im 5-Minuten-Chart, das kriege ich vielleicht nicht schnell genug hin. Und deshalb gibt es das hier heute jetzt als Video. Also aber ein schöner Schub runter, wackelig nach oben mit Erwartungshaltung, dass wir irgendwo hier landen. Diese 1 zu 1 Geschichte. Ungefähr wäre das jetzt 34.400. Jetzt verorten wir das nochmal 34.400. Das ist ziemlich genau hier, wo das Ende meines dicken blauen Striches hier ist. Also wenn ich den Kringel da mache, ungefähr so, da wäre das. Das heißt, wenn jetzt das tatsächlich passiert, dann hätten wir exakt diese Situation und könnten wir davon ausgehen, dass das hier tatsächlich ein ernsthaftes Ziel ist. Mit Fibonacci auf der Höhe, also die 38er Marke, mit der 1 zu 1 Projektion auf der Höhe. Also da gibt es eine ganze Reihe Indizien, die dafür sprechen. Ich kann das hier im 4-Stunden-Chart nochmal andeuten, damit ihr mal seht, wie sowas aussehen kann. Machen wir das alles mal weg hier. So, also das haben wir von tiefsten zum höchsten. Jetzt machen wir nochmal erste Projektion, erste Bewegung, dann das. Und dann seht ihr, habt ihr hier schon zwei Marken, die hier liegen. Wir können noch die Fibonacci Extension mit dazu nehmen. Liegt die da auch noch in der Nähe? Guckt mal, die liegt ziemlich passend da. Der ist zu hoch. Den können wir theoretisch wegmachen. Aber wir haben hier drei Marken sehr eng beieinander liegen. Das heißt, ich sehe eine sehr realistische Chance, dass der Kurs irgendwo da auf Unterstützung ist. Und mancher, einer guckt auf Symmetrien, der sagt sich, wie weit waren wir hier gefallen, beispielsweise, legt das dann hier an. Das ist zu weit. Das würde ich jetzt nicht machen. Das ist noch länger. Also die kann ich alle einzeichnen, die sind aber noch weiter weg. Also insofern, da denke ich mal, die vorrangige Zielzone ist erstmal da oben. In einer gewissen Chance, dass es ein bisschen tiefer da noch unten reingeht. Das würde ich da gar nicht ausschließen. Also vorrangig da oben irgendwo was. Die weniger relevanten Marken, die können wir hier mal ausblenden. Die sind da nicht ganz so wichtig. Aber das wäre so der ungefähre Bereich 34.400, den wir hier haben. 1 zu 1 Projektion hier an der Stelle. So, also das haben wir hier schon mal. Dann gucken wir noch mal beim S&P. Wie sieht es da aus? Gehen wir dann noch mal ins Große. Der hat noch null Ambitionen zu drehen. Der sieht ganz anders aus aktuell. Das ist, da sehe ich jetzt keine direkte Handelsmöglichkeit. Da würde ich jetzt auch eher warten, dass er mal korrektiv in die Abwärtsrichtung wieder geht. Wenn er wackelig runterkommt, alles super. Wenn er das nicht tut, weiß ich nicht. Also wackelig runter, könnt ihr natürlich genauso gucken. Da habe ich den Tiefpunkt nicht erwischt. Nehmen wir den da. Tiefster Punkt, höchster Punkt. Wäre da eine Idee. Aber wir wissen ja noch nicht, dass wir hier an der Stelle das Hoch haben. Das heißt, das würde ich noch mal außen vor lassen. Nasdaq finde ich noch ganz interessant, auch mit Hinblick auf unsere Zeichnung von gestern. Denn das 1 zu 1 Bewegungsausmaß, A, B, C, runter und das, da sind wir jetzt gerade. Das heißt, der Nasdaq steht jetzt an der interessanten Situation. Wollen die Leute weiterkaufen oder brauchen sie eine Pause? Und wenn sie eine Pause brauchen, brauchen sie eine kleine Pause oder eine große Pause? Eine große Pause sähe so aus. Eine kleine Pause sieht so aus. Und wenn sie keine Pause brauchen, sieht so aus. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ich wiederhole das ja immer wieder, es tut mir leid für diejenigen, die das regelmäßig gucken, die wissen das ja, aber gucken ja immer wieder neue Leute auch das hier mit. Und wir wissen nicht, was hier passiert. Keiner weiß das. Auch ich weiß das nicht. Ich kann eine Vermutung haben, aber diese Vermutung hat eine große Chance, falsch zu sein. Was ich aber weiß, dass es diese drei Szenarien wahrscheinlich werden. So. Und das klingt für viele frustrierend, wie, ja, das ist ja keine zusätzliche Erkenntnis. Nee, das ist auch keine Erkenntnis. Das weiß jeder. Zumal es ja sowieso nicht besonders schwer ist, das hier zu erkennen. Wir wissen aber jetzt, wo das stattfindet. Und jetzt können wir uns entscheiden. Und wir hatten das gestern schon gesagt, da hatte ich angekündigt, oder ein paar Tage schon, dieses hier als einen Trigger für die Longseite. Vielleicht habt ihr es ja gemacht. Hier, sobald wir hier auf der Longseite, hier in dieser Zielzone angekommen sind, das ist jetzt, den Stopp nachziehen. Zum Beispiel von der 78er hierhin, oder wenn ihr diesen näheren 78er Stopp, den sieht man hier nicht, den hatte ich gestern hier mal so halbwegs angedeutet, Orientierung hier ein bisschen höher, jetzt dann auf dem Einstieg nachziehen. Passiert das? Super. Passiert das? Alles gut, wird man nicht ausgestoppt. Passiert das? Wird man ausgestoppt, hat aber nichts verloren. Alle diese drei Szenarien sind realistisch. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Weil das häufig höre ich das immer, ja, das hilft ja gar nicht, wenn du eh nicht weißt, was passiert. Richtig. Ich weiß nicht, was passiert, aber ich weiß, wie ich mit dieser Unsicherheit umgehen muss. Ich sage es immer wieder, das ist die Fähigkeit des Händlers, nicht die Vorhersehung von irgendwelchen Kursbewegungen. Bitte fasst das niemals falsch auf. Bitte kauft keine Bücher, bucht Kurse, macht dieses oder jenes in der Erwartungshaltung, dass ihr damit die Zukunft vorhersehen könnt. Auch nicht an der Börse. Das ist völlig falsch. Ja, also nichts gegen Bücher. Also ich empfehle euch, lest Bücher, besucht auch Fortbildungen, Kurse, was weiß ich was, was ihr da eben machen wollt und bei wem ihr das auch immer wollt. Das ist mir völlig egal. Der eine mag das lieber, der andere jenes. Macht das, aber setzt euch niemals dann rein, und sagt, wenn ich das gehört habe, weiß ich, was der Markt als nächstes macht. Das ist nicht das Ergebnis daraus, sondern, dass ihr sagt, dann weiß ich, welche Szenarien sind an welchen Stellen relevant und ich weiß, wie ich damit umgehe. Das ist ganz wichtig, dass ihr das versteht. Wenn ihr das verstanden habt, habt ihr einen ganz wesentlichen Fehler, den viele machen beim Traden, nämlich die Erwartungshaltung. Ich weiß aber, was in der Zukunft passiert. Ja, in der Hälfte der Fehler sage ich euch auch, ob es richtig voraus, ob es hoch oder runter geht, aber das ist sicherlich keine richtige Aussagekraft. Diese Linie mache ich mal weg und die ist nur irritierend. Das ging nur darum, dass es hier drüber geht. Das haben wir jetzt inzwischen gesehen. Also das war der genannte Einstieg von mir, was ich gesagt hatte, als eine Möglichkeit und eben Rücksetzerniveau hier in diesem Bereich ist noch alles in Ordnung. Also theoretisch, wenn es hier einen Rücksetzer gibt in dieser Art, okay, ist es in Ordnung. Es gibt natürlich noch einen Fall, weil es hier so ein bisschen semi-doof ist. Hier ging es mal einmal runter. Wenn wir Pech haben, macht ihr jetzt eine mittlere Korrektur und geht hoch, dann werden wir halt hier ausgestoppt. Wer das überleben möchte, muss halt trotzdem einen Stopp hier unten lassen. Wo müsste er dann liegen? Das können wir auch nochmal hier festhalten. Dann müsste der Stopp tiefster Punkt, höchster Punkt und wir wissen, alles ist in Ordnung, solange es in dieser Kiste ist sowieso, aber nicht mehr unter der 78er jetzt. Das wäre eben hier auf dieser Höhe, das ist 15.182. Ich weiß, einige finden das doof, dass ich diese Kurse vorlese, aber es gibt, auch wenn sich das Gerücht umschlägt, alle greifen auf irgendeinen anderen Kurs zu, den irgendein Privatanbieter anbietet. Das ist definitiv nicht so. Deshalb muss ich euch den neutralen Kurs hier und ihr seid leider dann in der Pflicht, das gegebenenfalls, wenn ihr abweichende Kurse habt, das zu übertragen auf eure Kurse, die ihr da für euch zur Verfügung habt. Deshalb zeige ich euch, wie ich es mache. Ich nenne euch nicht einfach nur die Marke. Ich sage euch tiefster Punkt, höchster Punkt, Fibonacci einzeichnen kann jeder, die untere Marke, die 78er. Bei manchen ist es die 76er Marke. Die könntet ihr auch nehmen. Das ist kein Riesenunterschied. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, daran scheitert das jetzt oder das ist jetzt die Glückseligkeit, dass es viel besser funktioniert. Wer es einstellen kann, empfehle ich, macht es auf die 78er. Wer das nicht variieren kann, nimmt halt die 76er und wird wahrscheinlich in der Summe, im Einzelnen vielleicht unterschiedlich, aber in der Summe sehr ähnliche Ergebnisse erzielen. So, also das ist die Erwartungshaltung. Wie gesagt, wenn ihr sagt, das ist so ein bisschen die Restgefahr, die ich sehe, dass das vielleicht schon die vierte war dort, die ist sehr unausgeprägt. Meine Hoffnung ist, dass hier erst die vierte kommt, wenn überhaupt, ist ja nicht sicher, dass der Kurs runterkommt, aber es ist absolut denkbar, dass der Kurs da runterkommt und wenn er runterkommt, dann wäre das, ich kriege den Dinger nicht weg hier, warum auch immer. Naja, soll uns jetzt nicht so sehr stören hier. Wenn, wenn, dass es hier sogar noch mal ein bisschen weiter hoch geht, dann müsste dieser Stopp hier reichen. Ansonsten müsstet ihr hier machen, dass ihr das überlebt mit der Sorge und Gefahr, dass er halt noch mal einmal runter geht. Die Gefahr sehe ich auf jeden Fall. Dann hätten wir nämlich dreiwellig runter, dreiwellig hoch und noch einen letzten Schub runter. Im Moment gibt es dafür aber keinen Anlass. Ich wüsste auch nicht, was heute Nachmittag an Nachrichten für so eine Bewegung kommen müsste, aber da können wir uns ja auch überraschen lassen. Also ich bin eigentlich guten Mutes für entweder direkt oder mit Umweg weiter nach oben. Das ist im Moment meine Erwartungshaltung. Was anderes sehe ich jetzt nicht wirklich zwingend vorher, aber unrealistisch ist es nicht und wer eben davor gefeilt sein muss, der muss entweder den Stopp auf diesen Einstieg oder dann eben hier hingesetzt haben, um dann zumindest mal von hier bis dieses Niveau oder sogar etwas tiefer typischerweise, aber ungefähr in diese Zone hier, um das eben zu überleben. Also, da gibt es doch das eine oder andere, was man tun kann. Ich hoffe, dass ihr Spaß daran habt, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet aus diesen Ideen, vielleicht das eine oder andere umsetzt, wenn es für euch passend ist. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und sage ganz liebe Grüße. Ciao, ciao.